Und hier haben wir einige Meldungen aus unserem Sendegebiet. 500 Euro mehr und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 250 Euro pro Monat. Das fordert die Gewerkschaft bei den Tarifverhandlungen am Dienstag für die 2.500 Beschäftigten der Berliner Flughafengesellschaft. Die Verhandlungen werden am Dienstag und Mittwoch stattfinden. Und da muss man noch eins sagen, wenn man sich nicht einigt, und da sind wir mittlerweile auch sehr, sehr, sehr mit Mitleidenschaft gezogen worden in der Vergangenheit, da kann es dann wieder zu einem Streik kommen. Also da müssen wir mal sehen, wie die ganze Sache sich dann beim BER zukünftig entwickeln wird. Kommen wir nach Eisenhüttenstadt. Montagmorgen, da gab es einen Feuerwehreinsatz und zwar in den Nordpassagen. Eine Brandmeldeanlage ist ausgelöst worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Ganze seinen Anfang in einem Imbiss im Citycenter. Fett hat sich entzündet und die Flammen hat eine Dunstabzugshaube beschädigt. Die Sprinkleranlage ist glücklicherweise angegangen und so konnte Schlimmeres verhindert werden. Ein Sachschaden ist trotz alledem entstanden und zwar in Höhe von ca. 10.000 Euro. Und noch einen Feuerwehreinsatz gab es in Eisenhüttenstadt und zwar in der Bergstraße. Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses sind in Brand geraten. So ca. ein 50 und ein 78 Jahre alter Mann sind auf Verdacht einer Rauchgasvergiftung dann ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und etwas touristisches und zwar der Tourismusverein Seeland oder Spree hat den neuen Urlaubsplaner herausgegeben. Das jährlich erscheinende Gastgeberverzeichnis enthält auf ca. 100 Seiten jede Menge Unterkunftsempfehlungen für alle wassernahen und wasserreichen Ziele. Darunter die Scharmützelseeregion, das Berliner Umland, die Flusslandschaft oder Spree und das Schlaubetal. Wer sich vorstellen kann, im Zeitraum 2024 bis 2028 als Jugendcheffe für die Amtsgerichte Frankfurt oder Fürstenwalde sowie für das Landgericht Frankfurt oder tätig zu werden, der kann sich jetzt beim Jugendamt des Landkreises Uda Spree darum bewerben. Es ist aber, das muss man dazu sagen, ein Ehrenamt. Man muss deutscher Staatsbürger sein und im Alter zwischen 25 bis maximal 70 Jahre alt. Bewerbungen für das Amt eines Jugendschiffen können bis zum 17. März schriftlich an den Landkreis Uda Spree gerichtet werden. Soweit die Meldung des Tages.